Was ist die Epidemiologie von Malaria? Die Epidemiologie von Malaria ist die Gesamtheit der mitwirkenden Faktoren, die zusammengenommen das Vorhandensein dieser tödlichen Krankheit bestimmen. Die Behandlung einer Malaria-Infektion hängt von Art und Schweregrad der Erkrankung sowie vom allgemeinen Gesundheitszustand des Individuums ab. Die Epidemiologie von Malaria ist so, dass Komplikationen Atmungsstörungen, Gehirnschwellungen und ausgedehntes Organversagen umfassen können. Malaria ist im Wesentlichen eine parasitäre Krankheit, die am häufigsten durch den Stich einer infizierten Mucke übertragen wird. In tropischen und subtropischen Regionen erfordert die allgegenwärtige Natur von Malaria proaktive Maßnahmen zur Eindämmung des Muckenbefalls und zur Verhinderung der Infektionsübertragung. Die Rolle der Stechmücke im Lebenszyklus von Malaria ist für die Epidemiologie von Malaria unerlässlich. Wenn eine Mücke einen Menschen mit aktiver Malaria-Infektion beißt, wird die Mücke zu einem Träger, der Spuren des mit Parasiten beladenen Blutes an den nächsten Menschen liefert, den sie beißt. Nachdem das beflegte Blut in den Blutkreislauf gelangt ist, kann es entweder schlummern oder aktiv bleiben und sich in den roten Blutkörperchen festsetzen. Wenn der Parasit inaktiv wird, kann eine infizierte Person jahrelang asymptomatisch bleiben, was bedeutet, dass er oder sie keine erkennbaren Anzeichen oder Symptome aufweist. Aufgrund der Epidemiologie von Malaria besteht die einzige Methode zum Nachweis der Infektion darin, einen Bluttest durchzuführen. Die Ergebnisse einer Blutentnahme bestätigen nicht nur das Vorhandensein von Malaria, sondern auch die Art und das Ausmaß der Infektion. Die Art der durchgeführten Blutuntersuchung bestimmt, wie lange es dauert, bis die Testergebnisse vorliegen, die zwischen weniger als einer Stunde und mehreren Tagen liegen können. Die auffälligsten Symptome im Zusammenhang mit der Epidemiologie der Malaria sind hohes Fieber, übermäßiges Schwitzen und Durchfall. Personen zeigen in der Regel auch grippeähnliche Anzeichen wie anhaltende Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Unwohlsein. Bei schweren Infektionen mit Malaria sind Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, um Komplikationen wie Dehydratation zu vermeiden. Personen mit geschwächtem Immunsystem, junge Kinder und schwangere Frauen gelten als das größte Risiko, wenn sie eine schwere Infektion mit Malaria erleiden. Diejenigen, die viel reisen, vor allem in Gegenden, in denen bekannt ist, dass sie von Malaria betroffen sind, werden häufig angewiesen, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um ihr Risiko für Exposition und Infektion zu minimieren. Da Malaria kongenital verabreicht werden kann, sollten Schwangere, die in Gebiete mit bekannter Malaria-Infektion reisen, besonders vorsichtig sein und vorbeugende Medikamente einnehmen. Die Behandlung einer Malaria-Infektion hängt vollständig von der Art und dem Schweregrad der Erkrankung ab. Die häufigste Behandlung beinhaltet die Verabreichung von Malaria-Mitteln wie Chininsulfat und Chloroquen. Blutuntersuchungen sind für die Bestimmung des richtigen Verlaufs der Behandlung unerlässlich, da einige Parasiten eine Resistenz gegen traditionelle Malaria-Mittel zeigen.